Hund und Katze hier. Wir wollen heute mit euch über den Nido Botweck Connected reden. Nidos Laser-Smart-Kartierung und Navigation mit Objekterkennung in Echtzeit untersucht unser Haus kontinuierlich und reinigt methodisch jeden Raum. Auch im Dunkeln. Ah, machst du schmutzige Sachen im Dunkeln, Hund? Was? Nö, nö. Nur schlafen und so. Ganz normale Sachen. So Sachen wie Kitzelspielchen? Wen kitzelst du denn so? Vielleicht ich selbst? Warte mal. Geht das etwa? Klar geht das. Und legst deine heiße Pfote aufs Parkett und machst dein Bow-Chicka-Wow-Wow. Katze, wir reden hier über den Nido, der mit seinen Lasern den Boden absucht. Schon gut, schon gut. Ich sag ja gar nichts. Kannst aber nächstes Mal ruhig Bescheid geben. Ich kitzel dich dann richtig durch. Katze, so langsam wird's wirklich eklig. Laser-Smart-Navigation und Kartierung. Leistungsstärke Saugkraft. Wifi fähig. Nido Botweck Connected. Bodenreinigung können wir. Werbung üben wir noch.